Also, ich habe weder vor, mit diesem YouTube-Account ein E-Book zu verkaufen, noch irgendeinen Online-Kurs, ein Webinar oder sonst irgendwas, sondern ich möchte erstmal sehr, sehr lange Zeit versuchen zu dokumentieren, was ich mache, was wir machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hoffe ich, ein paar Leuten auch Mehrwert bieten zu können zum Thema Agenturgründung, Geschäftsgründung, Geschäftsführung. Ja, und da interessiert mich eure Meinung vor allem. Das heißt, was sind eigentlich Themen, was sind Fragen, gibt es irgendwas, was ich vielleicht aus der Erfahrung, die ich jetzt in fünf Jahren gesammelt habe, vielleicht raushauen könnte? Natürlich idealerweise rund um Agenturgründung, idealerweise rund um B2B oder rund um die Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich Content. Gibt es irgendwas, was ich beantworten könnte, irgendwelche Fragen? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinpackt und ich einfach ein bisschen neuen Input für euch hätte, für euch 76 Leute, die das Ganze hin und wieder mal verfolgen. Ich bin gespannt auf eure Fragen, haut rein, was ihr habt. Ich werde jede einzelne Frage beantworten, außer es ist Quatsch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017